Hallo, mein Name ist Caro Unger. Ich spreche Deutsch und zwar nicht einfach so, sondern mit einem Ziel. Dem Vertonen Ihrer Produktion. Seit über 15 Jahren ist Sprechen meine Leidenschaft. Hören Sie gerne mal rein. Ich freue mich auf Sie. Eine Magenspiegelung an der Medizinischen Hochschule Hannover. Bei diesem Patienten besteht der Verdacht auf eine chronische Infektion mit dem Bakterium Helicobacter pylori. Rund die Hälfte aller Menschen weltweit trägt es in sich, meistens ohne krank zu werden. Wenn ein Moment so schön ist, dass wir ihn mit der ganzen Welt teilen möchten. Wenn ein Moment so wunderbar ist, dass wir uns immer daran erinnern werden. Dann ist es ein Moment für den jungen Seko der GWF. Prickelnd, frisch, herrlich fruchtig. Der junge Seko der GWF. So feiern wir das Leben. Kollegen aus der Schattenwelt. Ein Rabe hat es zugestellt. Sieben Hügel im Kaiserkrab. Es ruft uns bei die alte Stadt. Die Religion kehrt zurück. So ist zumindest der Eindruck, den nicht wenige Zeitbeobachter teilen. Die Frage ist, wie vollzieht sich diese Renaissance des Religiösen? Fundamentalistisch und gewaltsam? Oder als friedliche Rückbesinnung auf einen Sinn, den die moderne, aufgeklärte Gesellschaft für viele Menschen kaum noch bietet? Ich heiße Cora Hübsch. Ich bin 33, dreiviertel Jahre alt und gehöre zu der Mehrheit von Frauen, die auch in fortschreitendem Alter noch kein freundschaftliches Verhältnis zu ihren Füßen aufgebaut hat. Meine Zähne sind krumm wie die Zähne im Mund eines Schuljungen, der sich beharrlich weigert, eine Zahnspange zu tragen. Wir machen Ihren Sehtest. Sorgfältig und sicher. Ob für den Führerschein, Farbsehtest, Schierseeprüfung oder Augendruckmessung. Bei uns sind Sie bestens beraten. Du w는데요 nephew und zurückgehört. Sie Data reinführendel Turkeyheir simples. Sie hat zu reณ, Sie hat.